Hallo, 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 hallo. Der wilde Geier ist da, die Stimme aus dem Off noch dazu. Gut, wir spielen Dings-Takun, Retail-Takun. Darf ich das nehmen? Ja, du darfst das. Danke, mein Schiff. Ich nehm das hier. Ja, wir können uns helfen. Wir fangen extra für das Let's Play neu an. Wie viel Geld haben? Also ja, wir fangen neu an. Okay, gut. Wir wissen schon, wie es geht, also ja. Hier, da. Ich richte ihn nur schnell an. Okay? Danke. Nein. Ich hab... Ich bin... Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wo sind die Video-Games? Hier. Gut. So, Laden reingerichtet. Jetzt... ...Caddy. Habt ihr das selbstzahlende Ding? Ja. Ich auch. Das ist praktischer. So, da. Kauft euch erst die Selbstzahlende, weil die ist einiges praktischer. Ähm, weil die Kunden einfach selbst zahlen und einfach... Es ist einfach besser als ein Typen zu... ähm, sich zu kaufen. Hier gibt's die Workers, die man sich kaufen kann. Und wie sind die ganz normale, die Normen und Stellen für uns? Fühlen anzuweisen. Weil man kann sich ja auch selbst reinstellen. Und das ist farb. Für so ein kleines Haus ist es noch okay, aber... Für dann so ganz große... Ähm, wie... Ähm, dann sollte man... Ist die einfach praktischer, weil man kann nicht mehr überall hin. Wie jetzt. Und deshalb... Oh, hallo! Hey, Leute! Ihr müsst... Es gibt eine Aufgabe, es gibt eine Aufgabe. Wir müssen 100 Tüten, äh, äh, Säckchen mit Chips verkaufen, um eine... Kanone zu bekommen? Was? Was? Drückt mal rechts unten auf das Chips-Sold. Hä? Ich hab schon eins... Ich kann noch... Hey, es gibt doch keine Chips. Doch, die sind bei dem Update dazugekommen. Die heißen Company Chip, Energy Chips. Und sind unter den Büchern. Ach so, da? Wo kommen die denn rein? In so einen Shelf, also in so eins, wo du Bücher reintun kannst. Wieso da? Ich versteh mein Leben nicht mehr. Aber ich kauf mir mal. Weil das werden mir später auch noch brauchen. Ich hab schon mal die sechs Reisen gekauft. Also... Oh Gott, die sind wahnsinnig nach Süßigkeiten. Genau. Da hat der zwei Riesen-Lowig-Off gekauft. Oh! Und nach so leid, die auch süchtig. Kommt mal in meinen, in meinen, äh, Einkaufsladen. Ich hab was gebaut, was ihr mir nicht glauben werdet. Das coolste aller coolsten. Kenny. Stimme aus dem Off, ich kann für dich weiter dastehen. Du kannst dir mal das Coole ansehen. Ich bin gegenüber von dir. Oh Gott, wieso hab ich mir nur fünf so das gekauft? Was hast du da gemacht? Ein paar Amirsen. Alter! Ihr müsst... Könnt ihr nicht einfach so rumstehen? Eure Eltern pilien gleich vor euch, weil sie euch hassen. Oder ob ihr die bezahlt habt. Teile Bücher, teile nichts in den Schenken. Ja! Dann geh du wieder an meine Kasse. Ich mach gerade deine Arbeit. Oh, stimmt. Das ist... Ja. Seit wann gibt's Bäume? Seit dem neuen Update, ich weiß. Ich bin auch voll gehypt. Die essen so viel Süßigkeiten. Ja, ich weiß. Deswegen hab ich auch noch beim großen Account von mir hier, ähm, Süßigkeiten. Aber ich bin stolz auf meinen Baum. Na, vielleicht gehört er ein bisschen auf die Seite, aber... Ich hab schon in mein Laden. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Company Chips. Ich hab schon fünf Chips verkauft. Ich hab keine Ahnung, wie viele Chips verkauft. Rechts unten steht, jetzt hab ich sechs verkauft. Ich hab null verkauft. Ich hab auch noch null. Ich hab dann die Chips erst gewechselt. Das heißt, die Chips, äh... Ich kauf mir einfach Sachen hervorragend. Und wenn's mal leer ist, kann ich sofort wieder nachfüllen. Die schweigen dann für den Chips. Oh, es gibt verschiedene Sorten. Welche würdet ihr gern haben? Wo gibt's verschiedene Sorten? Bei den Company Chips. Echt? Die hier. Die hier. Die hier oder die hier. Welche würdet ihr gerne essen? Orange, blau, gelb oder türkis. Ja, das stimmt, dass sie dich eigentlich auch nehmen. Ich würde die türkis oder die Orangen nehmen. Obwohl... Die gelben schönen auch ganz lecker aus. Ich hab wohl Chips von 100. Ich hab dabei, ich wusste bei meinem Kasten, wo die Chips drin sind, dass nur diese Urquilie gekauft wurden. Ja, vielleicht wurden sie noch nicht bezahlt. Stimmt. Die Leute kommen nur zu mir, um den Baum zu bewundern. Ich bin schreckt. Aber sie kaufen... Sie kaufen aber nicht. Schokoharsen? Schokoharsen? So, ich hab den ganz genau gekauft. Keine Chips! Steh mal aus dem Off. Bei dir hat jemand, äh, irgendetwas Grünes verschüttet. Ich tue's dir weg. Oh nein! Ein Dieb! Ein Dieb! Ein Dieb! Ein Dieb! Ach, erwischt. Der hat jetzt zwei Schokoharsen gekauft. Ja, die hat Chips! Ein Chips! Eins von null! Ach, ein Chips wird gekauft. Uuuuuhh! Ich hab, wir hatten nur Süßigkeiten mit den gekauft. Nur viele. Schönen wieder Chips. Zwei Mal Chips. Zwei Lollis. Zwei Schokoharsen. Vier Mal Chips. Was musst du bitte ernähren? Wer die offene Party und muss die ganze Party gründen? Und gründet die Party? Ich hab's ja noch mal den Wien-Chips. Obst du das bei mir? Ja. Und falls euch mein Name gefällt, lasst doch ein Abonnenten da oder ein Like. Natürlich für den... Äh, ich hab ne bessere... Ich schreibe mir auf vierhundert. Ich hab ne bessere Idee. Falls euch mein Baum gefällt. Ähm, ich hab ne viel bessere Idee. Und die Chips hat ihr verkauft? Nur noch zehn, nur noch? Ja, kann ihn nur leisten. Yes! Kommt mal zu mir. Bisher vier. Aber es werden wahrscheinlich noch mehr. Ich hab 14 verkauft. Die Company Chips werden so lang sehr viele von mir. Kommt mal zu mir. Nein, das ist nicht mein Geschäft. Du bist nämlich nicht bei mir. Ich steh in meinem Geschäft gerade. Okay, ich bin bei dir. Ein Springbrunnen! Tja, der ist auch ziemlich cool. Ich hab ihn mir nicht mitten reingestellt. Du hast ihn dir in die Ecke gestellt. Hier, da wo ich bin, ist der Phile... Ah, der Terra-Craft doch. Da bin ich doch hingegangen. Da hat der Terra-Craft allein gesagt. Da hat der Terra-Craft allein gesagt. Ach so! Warte, ich mach auch so... Hallo? Ich zeig euch mal, wie man diese Streifen hier ändert. Und zwar bei Unchance und hier. Ich nehm... Hallo? Oh, ja, das passt. Ja? Entschuldigung, wenn... beim wilden Ge... ihr den wilden Geier nicht ganz versteht. Wir sprechen über Skype und... Und Skype hat manchmal seine Probleme. Auf, Chips! Ich hab es... Ja? Ja? Was war? Keine Ahnung, hat sich einfach hart getreten. Ja, ihr wart weg auf Skype. Ach so. Yay, nass werden! Ihr könnt doch nicht so... Wie viele Chips habt ihr schon verkauft? Ihr müsst das bezahlen. Wie viele Chips habt ihr schon gekauft? Ah, verkauft? Keine Ahnung. Ich habe 10! Äh, 8! 16! Wenn es euch gefällt, wird es mehrere Folgen geben. Wenn ihr wollt, können wir unsere großen Accounts vorstellen. Meinen lieber nicht. Meinen lieber nicht. Ah! Das ist eine traurige Geschichte. Ja... Ja... Sie hat ihn unabsichtlich gelöscht. Und dann... Und dann hab ich mir, ähm... Hier... Einen... Einen... Zwei... Einen Sicherheits... Äh... Check gemacht. Damit... Das ist dunkelgrün. Oh, dieses dunkelgrün. Das ist so schön. Ja, kaufte ich. Ich habe schon 30 Sekunden. Oh Gott. Ja, schön. 12. 21. Was soll ich denn... Oh Gott. Manage... Soda. Hier... Soda. Sein hier verschüttelt mein Kohler, ob ich noch nicht mein Kohler habe. What? Da... Vieh? Ja, Tschüss. 17 hab ich jetzt schon. Das wird lang dauern. Nee, die Leiter lässt sich doch so gut aus mit spielen. Wie lang ist dieses Event? Wie bitte? Wie lang ist das Event? Keine Ahnung. Ich kann... ...mich informieren. Mach das mal. Du kennst dich doch. Ich hab schon 18 Chips verkauft. RUBA! Ähm, das sind Räuber und die muss man gefangen nehmen. Sonst klauen die wir. Auch wie im echten Leben. Allerdings gleich... Stimmt. Ich könnte mir hier ein Upgrade kaufen. Man sieht nicht, wie lange das Event dauert. Also... Zumindest hab ich's nicht gefunden. Ähm... Hier kann ich... Ich glaub ich mach mal eins mal... Es fehlen noch 80 Chips. Mir fehlen noch... Äh... Siebenund... Siebenund... Sieb... Äh... Siebenundachtzig Chips. Wieso wollen die alle bei mir... Oh! Ein Timberzylinder! Ich mag Zylinderuhr. Ich hab selbst grad einen Ohr. Noch immer? Ja. Okay. Lasst mich. Also wenn ihr was dagegen habt... Ich hab nichts dagegen. den Zylinder... Einfach... Nach Fasching... Schon anzuhaben. Äh... Nach Fasch... Es ist ein Nets. Ich werde gerade angerufen. Ich werde gerade angerufen, äh, ich muss dann aufhören zu skypen, ich bin gleich wieder da, okay? Okay. Also ich bleibe eh noch im Spiel, aber ich skype es nie, okay. Gut. Wie auf was ich tippe? Tschüss. Bodytrips sind teuer. Chips. Chips. Oh, was kaufen Sie? Company chips. Yay. Ich habe schon verkauft. 21. 2. 29. Okay. Keine Ahnung. Oder? Drei. Drei Company Chips Packungen. Wenn da noch eine vierte kommt, nenne ich sie. 30 Chips. Der hat gerade vier Packungen gekauft. Eine von mir ist nicht. 32 Chips. Der, zwei. 32. 32 Chips verkauft. Drei. Der Karte. Oh Gott. Der Karte. Ja. Ich habe Knochen mit dem Chips verkauft. Wie? Geht's dir noch gut, du? Bist du nach Chips süchtig? Sag mir das, okay? Fünf. Dir geht's wohl nicht gut. Wenn du alle heute isst, bist du wahnsinnig. Das würde ein Freund aus meiner Schule werden. Also, was würde er tun? Ihr könnt doch nicht Kohle verschütteln. Danke. Gut. Also, bald kann ich mir ein Upgrade kaufen. Super. Da, da. Ich brauche schon eine Karte für Chips verkauft. Klinis? Ja, Klinis. Eine Karte für Chips verkauft. Dekoration. Ich brauche mehr Dekoration. Baum. Terra Craft, schau dir das mal an. Ja, mache ich gleich. Ja, mach ich gleich. Ich denke, das ist ja wefernisch. Terra Craft, das muss dir an sein. Ja, ich habe auch einen Daumen. Hast du so viele Chips verkauft? Oh mein Gott. Ja. Es gibt Special Sachen wie Kuh. Okay. 25. Ich will nicht. Den Manni und die Goldstatue. Achso. Da ist der wilde Geier. Wurde halt angerufen. Und deswegen. Uah. Oh, schade. Wir haben jetzt die Chips verkauft. Bei mir sind so wenige Leute. Aber warum? Bei mir auch gerade. Aber. Oh. Und wenn ich das sehr brauche. Upgrade. Ich kann mir mehr Land kaufen. Oh, für dich. Jetzt. Ich könnte. Jetzt habe ich mehr Land. Ja. Ich spare mir gerade auf 2000. Für die bessere. Inks. Bessere Kasse. Ja, du hättest ja gleich die Postdurchkasse kaufen können. Wollte ich mich ankommen. Du kannst dich untersteigen. Ich habe Tablets. 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 Ich habe Tablets gekauft. Ich habe Tablets gekauft. Ich war ganz aber ankommen. Ne. 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 Schlimmt auf Schifft kann man laufen. und jetzt seht ihr wie man richtig du hast auch probleme ich habe 35 ich habe chips auch immer so guti ihr seid chipssüchtige ich will nicht eine statue dafür brauche ich ich will sie gekauft sodass werden So, geht's auf. Oh, mein Tickhut. Hei, hu, hei, hei, hu. Götter. 50 von 100, 51 von 100. Ja, ich hab jetzt die Hälfte. Was ist jetzt eigentlich? Äh, der hat noch immer nicht zurückgerufen. Sollen wir ihn zurückrufen, denkst du? Hallo. 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 Das ging ja schnell. Wir haben gerade über dich geredet. Natürlich nur Gutes, oder? Ja. Halt, dass du immer noch nicht zurückgerufen hast. Wie viele Chips hast du schon verkauft? 41. 42. 52. Was? Bebenvoll. Ich brauche sehr viel Soda. Die Leute drücken zu viel Soda. Was? Ich hab schon wieder 2.000 gehabt? Ich schwimme in Geld. 4. 5. 5. 5. 7. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 10. 7. 8. 10. 8. 10. 10. Ich habe einen neuen Tablet. What a fish. Jetzt habe ich Tablet-Tübel dabei, wollte ich mir ab 3000 sparen. Oh. Jetzt muss ich mir so keine Tablete kaufen. Chips! Ja, Chips! Chips weiter kaufen. Kauft meine Chips, ich habe die besten Chips. Wow, bei mir ist einer. Einer! Bei meinen Freunden gibt es Chips. Die sind genau dieselben. Und sie sind gut. Aber Achtung, sie machen süchtig. Dieb, vielleicht. Terra Draft, wie lange ist die Aufnahme eigentlich schon? Schon 23 Minuten. Au. Hier kann man sich nass machen und trinken. Also, ich würde sagen, wir treffen uns bei der Stimme aus dem Auto. Wo? Wo? Mit dem Geier? Wo? Wir treffen uns beim wilden Geier. Stimme aus dem Auto. Ich will diese wunderbare Folge noch... Ah! Die! Stellen wir uns zu meinem Baum. Und später müssen wir uns zum Manni-Baum stellen. Okay. Und das war's. Warte, speichern. Nie vergessen. Ja. Und das war's. Mit dieser tollen neuen Folge. Roblox. Yay! Wenn's euch gut gefällt. Ähm. Und ihr grad 24 Minuten verplempert habt. Habt. Gibt einen Daumen hoch hier. Wenn... Wenn's euch... Ähm. Wenn's euch auch gefällt. Könnt ihr uns zurück abonnieren. Wir haben nichts dagegen. Und jetzt sagen wir... Tschüss. Oh Gott. Das sind schon 25 Minuten. Tschüss. Bye. Tschüss. 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 Warte. Ich muss kurz aufs Ausnahmeprogramm gucken. Ja. Das... Das schnell raus. Nein. Das bleibt. Gut. Hm.